Was ist denn da noch ein Viech? Was ist denn richtig spawnd? Obwohl der war ja noch nicht wirklich drauf. Ne, der war dann, das könnte einer waren. Also, wir müssen zahlen. Ja, ich würde sagen, den Skorpionsschlüssel erstmal und das starke Arznei-Zeug, oder? Im Speichern? Ich meine, okay, wir tun den Skorpion nochmal. Sicher ist sicher, ne? 24 Schuss. 2 Arzneimittel. Sieht ja ganz gut aus. Aber überhaupt Zuschauer ist da irgendwas bei, ne, oder? Jenny wahrscheinlich. Ist ein Zuschauer, oder was? 2, also 2 Arzneimittel. Gegrüßt an unsere zwei Zuschauer. Quasi Privatverführung hier. Aber ich glaube, ich muss dich enttäuschen. Ich glaube, Johnny guckt gerade Despot Housewives mittlerweile. Ja? Ja. Oh, ich habe Hunger irgendwie gerade. Erst was ist so froh dann hier? Oh, Marzipan. Wir haben die Schrotflinte. Endlich. Knusper, knusper. Ich esse jetzt mal Marzipan. Vergiss nicht, gleich die Dings wieder. Ah. So, aus dem Haus fliehen. Ja. Wie viele Schuss haben wir denn mit der Dings? Achso, wir müssen ja erstmal mit der Uhr vielleicht kurz nochmal. Wir wissen jetzt ja, wo die Sachen sind. Wir haben ja die Uhr, die Uhr schon untersucht. Weil dann wird das Pendel ja auch rausgeklaut. Die Uhr im Wohnzimmer. Da oben. Das Wohnzimmer. Oder nicht? Vielleicht ist das jetzt getriggert und wir können jetzt erst da ran. Was ist da? Hm. Können wir es nochmal probieren. Ist ja so und so hier oben. Acht Schuss. Willst du mal, warte mal, dreht dich mal um eben? Willst du mal auf die Figur schießen? Ah. Wollte ich gerade sagen, das ist bestimmt eine Trophäe. Ja, aber irgendwas bringen die. Weil Shoot on me, wenn da drauf steht. Irgendwas bringen die bestimmt. Merken wir uns mal, dass auch viele... ...eine Statue schießen. Sagen wir es nicht. So, Wohnzimmer, da sind wir. Eine Uhr. Eine Wanduhr. Da war eine Wanduhr. Ah. Ah, ja, ja. Cool. Wahrscheinlich können wir den jetzt auch schon anlegen. Weil wenn wir da nachher drei fucking Hundeköpfe mit uns rum tragen müssen, sind wir im Inventar schon wieder halb voll. Pass auf, irgendwas hast du jetzt wirklich geschwägt. Ja, ja, ja. Bin ich auch da fest in der Zeit. Merkt schon, wie die Anspannung bei dir steigt. Zerlegungsraum und was war das? Ähm, oben das Freizeitzimmer, kannst du jetzt als nächstes hingehen, würde ich sagen. Dieses dicke Buch, was wir auch in meiner Hand gehalten haben. Kannst du nicht ins Menü gehen und nochmal das nochmal nachlesen? Ah, das Buch im Freizeitraum untersuchen. Der Freizeitraum ist oben, dieser Salon, wo die Oma, Omas Zimmer von abgeht. Ja. Genau, ja. Immer der Großmutter. Oh, der Tee ist lecker rum. Ja, ist doch, ist doch. Haupthaus, der ist das O.G. Denk dran, da war der Hüllbilly vorne, ne? Der Papa. Naja, der Kim ist ja dicke schenken, aber ja. unt재 regional Quatsch. Sei mir weg. Einmal ganz schnell, vielleicht fällt da irgendwas raus. Schattenspielertricks. Wo war der letzte Bums-Dings-Dings-Bums-Hund? Zerlegungsraum. Das ist mir irgendwie zu ruhig gerade. Zerlegungsraum ist ja unten auf jeden Fall, ne? Ach, da musst du durch den Boiler-Raum. Aber du hast jetzt eine Flinte. Das heißt, du ballerst die so weg. Und du hast noch 24 Schuss mit deinem normalen Knarre und unten beim Krematorium oder so lag auch noch Flinten-Munition, die wir nicht aufheben konnten, weil unser Inventory full war. Ja, kannst du ja auch. Dafür haben wir wahrscheinlich auch die Flinte bekommen, dass wir uns durch diese komischen Prototype-Wesen wiesen können. Rill ich um, ich glaube, der ist schon hinter dir wahrscheinlich. ist ja weg. So, ähm... Flinten-Munition kannst du mitnehmen, aber diesen einen Schuss da. Dann musst du deine Flinte gleich mal nachladen. Ja, hab ich gerade gesehen. Sonst das Rest würd ich da lassen, oder? Autoschlüssel. Ja, wollt ich auch nicht sagen. Ist doch schon mal kurz, wenn wir drei... Wo war denn diese flüssige... Die haben wir aufgenommen. Unten ist jetzt nur noch Flinten-Munition, die wir aufheben können. Ach, das war oben in dem Raum, wo wir das Buch gerade geholt haben. Bei der Oma drinne. Verdammt, da waren noch flüssige Dings drinne, ja. Ja, das ist halt so scheiß drauf. Ich glaube nicht, dass es das letzte Mal ist, dass wir da oben lang gestalkt sind. Was? Das glaube ich nicht. Ey, lad mal deine Flinte erstmal nach eben. Ich glaube, da kannst du schon neun Schuss oder zehn Schuss. Obwohl, ne, eine Flinte hat ja meistens. Na gut, immer nix aus. Ja. Cool, wirst du... So, ich dachte... Ähm... Denk dran, ne? Lad mal nach deine Pistole. Du hast nur einen Schuss nur, aber... Besser als gar nix. Du musst den jetzt ja auch nicht tüten unbedingt. Ne, wenn du jetzt die Tür da... Ja, die, das ist klar, aber... Aber wir hätten auch speichern können. Ja, egal. Sicher ist sicher. Jo. Du hast die Tür jetzt so aufgelassen, ne? Meinst du, die können da nicht... Gucken wir zu beim Speichern. Ne? Ja, genau. Warten wir mal kurz. Ja, genau. Geht so in den AGBs drinne von uns. Ja, genau. Dann trinke ich lieber nichts. Tja, ich trinke mal was. Hallo, seid spielen, Mann! Was ist denn für Spielerservice hier? Ja. 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 Wir kommen aus dem Aumwald. So. Aber wir trinken aus dem Aumwald. Machen wir... Es ist Product Placement. Wir kriegen jetzt ein Jahr lang kostenfrei Wasser vom Aumwald. Ja, hier war immer noch ein Heino, ne? Hm? Hier war auch noch ein Heino, ne? Hm? Oh, das ist geil schon wieder. Da geht aber auch nicht auf. Nein, für eine Tür verschlossen. Doch nicht. Werkstatt, Werkstatt, Werkstatt. Ja, ja, wo sagen. Links. Also gleich wieder im Kreis laufen. Werkstatt war aber... Die war von der anderen Seite verschlossen. Die Werkstatt. Oh, mein Lieblingsraum. Machst die Tür zu? Vielleicht aufmachen, wenn du zurückläufst. Da sind wir wieder. Und so, dass ich meinen genessen... Oh, schön daneben gehauen, ey. Oh, pardon. Komm weg. Oh, da muss doch... Ja, warte. Ah! Hätte ich dir was sagen sollen? Tschüss. Ja, die steht doch auf die Fotze. Jawoll. Ja, zwei, drei Schuss hast du noch. Und der muss jetzt sitzen. Der muss jetzt oben. Rein drucken. Läuft bei mir. Ah, 14 Schuss gebraucht, ne? Ich hoffe, wir drei Stück kommen. Drei, sieger und vier. Ah, Flitten-Mulition nix. Sehr schick. Der gefällt uns doch. Genau. Der Rest des Spiels messerst du dich durch, okay? Puh. Aber ganz schön hart, ne? Also... Du bist vor allem ein ganz fieser Typ, ey. Du hast einfach hier die Leute umgebracht, die da nur im Beuler rum gearbeitet haben. Danke für's zu geschickt. Egal. Die Arbeiterklasse, Arne. Verdammt. Schlechte... Work-Life-Balance. So. Ab in den Zerlegeraum. Was... Was ist hier jetzt schon ganz? Oh, wenn ich euer Ernst, oder? Okay, also müssen wir... Da muss ja irgendwo ein Schlüssel hier versteckt sein. Kann ja nicht sein, dass wir hier... Oder halt irgendeine Art so einen Light-Freak. Die droppen wahrscheinlich nichts, ne? Schade. I don't think so. Ja, das sieht sich aus. Kaffee. 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 Nennen wir noch dieses... Cichoticum. Na, wie das... Teufelszeug heißt. Falls wir jetzt... Wir können ja erstmal weiter gucken, aber da steht ja drin in der Beschreibung, dass man mit Hilfe des Zeugs irgendwie... Objekte einfacher aufstehen können. Ja, du bist ja einer. Puffee, Puffee. Ah, aha. Da ist er. Aha. Ja, super ey. Ja, das ist jeder der Held. Ja, das ist jeder der Held. Verschwommen da, ne? So ein bisschen, kann das sein? Ja, so grün, grün, leichten Grünstecher. Oh, oh. Was war das? Das ist Ton-Munition. Oh, guck mal wie viel wir übersehen haben scheinbar, ne? Oh, das ist ja fies, ey. Ne fucking antike Münze. Das ist ein guter Rechtskrecht. Das ist das nicht. Oh, das ist da nicht. Oh. Das ist dein... Ja genau, wieso sieht man das Ding jetzt verschlopfen? Was hat er denn vorhin geschrieben? Ist das irgendwie Handabdruck oder irgendwie 3A Handabdruck oder Hand, wir sind aber schon da drauf. Denkt dran, 3A und ein Handabdruck. 3xA drücken? Ja, immer so. Keinen Sinn, ne? Achso, da oben. Da alle auf und nur 3A und der. War da ein Zettel dran, habe ich das richtig gesehen? 3 auf und dann halt so. 3 auf und 4. Ja, ganz hinten hast du den Zettel gelesen, der am letzten drinnen ist da unten. Wo Tamara? 3A? Ein Handabdruck. Haben die ja... Also ein Handabdruck ist... 3A haben die... Ja irgendwie Zahlen dran, ne stehen auch nicht dran. Ne unten auch nicht. Ich bück's mal irgendwie. Wie sind das überhaupt? 6 Stück, ne? Wie viele sind das? Wie viele... 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn es 3, äh Handabdruck soll A heißen. 6 Skeppe, Colnio. Moin. Travis... Warte, warte, wat? Wie heißen die Namen denn? Travis Lara... Ich guck dich mal unten. Craig ist dasí glaube ich gewesen? Ja, das ist Craig William. Coal ja. Oh... Aaaah! 3a 12 ja wohl schlüssel das war doch mal schön wenn man live rätsel lesen lösen muss und sich dann schön blamiert weil wir so einfachen pups kam nicht weiterkommt wohl jetzt auch nicht weiß 3a 3 auf oder dritter auf jeder dritte dieser zweite ist ja der dritte rei schlafen wir zuschauer haben gerne mal schreiben aber wir haben so können jetzt auch gerne schreibt bei youtube in den comments vielleicht auch jemand schon hätten wir noch mal namentlich erwähnen können unser erster comment bei youtube diese eine mädel ja wir haben jetzt wieder irgendwas getriggert ich glaube so viel triggern ist da gar nicht oder wenn du den raum gleich aufmachst dann triggerst du bestimmt noch langsamer die türen doch keiner auch der polizist ja der polizist das ist das stehe blöckst du dich zu verstecken oh der polizist jetzt wieder jetzt gerade mutiert ja darf ich nee lass lieber oder meintest du echt du bist also macht es Sinn den jetzt zu erschießen kann ich nicht mal anbieten siehst du das geht das spiel immer von weg man kann das nicht das spiel unterbindet das ihr kleinen kack ja was ich auf jeden Fall vorhin schon erzählen wollte jetzt ist mir gerade wieder eingefallen dass der typ mich extremst optisch aber vor allem auch von der diese grundsprecher an travis ändert von dtr5 ja tatsache man sagt na wo ist mein kleiner even wo ist mein kleiner even auch mit schweinchen 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 ja genau der muss jetzt ja irgendwo da sein das ist doch wie bei zelda das große tor zum endboss ja genau und vor allem es gibt munition es gibt kraut das kann ja nur endboss so heißen blab mal nach ach du hast schon vier schuss alles klar na klar das ist der endboss der polizist ist der endboss der hinterher hängt ja das ist der endboss jetzt also der boss also so ein zwischenboss wahrscheinlich ja ja halt nicht der endboss ich würde sagen ja klar zwischenboss ja viel spaß rufen ne fürn dir was du da viele erwarten hier einen kampf alter mach mal den ton hier an vom fernseher ey du spielst die ganze Zeit ohne ton was mit ton spiel ich die ganze Zeit wo? auf welchem headset denn? du hast den headset nicht auf du hast den ton nicht an das ist der ist an der ist doch nicht an der ist tausendprozentig an das ist ja gar nix auf headset kommt das ich kann den nicht lauter machen weil sonst äh ja 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 wieder halt das mit dem mikrofon ja ey der wird gleich willst du nicht reingehen in den raum? nein können wir erstmal umgucken was ist das denn da für einer? ach aber weißt du wieso nicht nicht genug du hast da genug platz im inventar oder? oh tatsache kombiniere kombiniere ja da genau ja starke crowd oder? jetzt triggerst du auf jeden fall was du im das Ding nimmst und also entweder gehen wir jetzt in den raum mit dem in den hundekorps jungen dann nimm den hundekorps was ist das denn? man kann die leiche dafür man kann die leiche dafür irgendwas wird das vergleich mit dem postteil muss man irgendwie gegen schlagen war das nicht rocky also entweder zum polizisten rein oder die münze hier aufnehmen das darf der chat entscheiden nimm den scheiß hundekopf unsere mission ist der hundekopf zu holen und dann triggerst du wahrscheinlich den polizisten das ist sowieso unvermeindlich das ist sowieso unvermeindlich das ist sowieso unvermeindlich wow was hast du denn da so getötet das ist sowieso unvermeindlich das ist sowieso unvermeindlich das ist sowieso unvermeindlich das ist sowieso unvermeindlich hätte man gleich mit einer flinze dreimal drauf schießen müssen oder? warte mal hier suchen sie die umgebung etwas ab das ihnen im kampf einen vorteil verschafft also ist jack der papa und lucas ist der sohnemann so was hast du gesagt eben entschuldigung ich hab headset auf ich spiel das spiel richtig du ist nichts ja du pussy ja ich spiele ich hab auch nichts von schnacken gehört du schwarzkopf digga ich helfe dir lass es losgehen poor deputy ja pure deputy gegen den musst du noch kämpfen du schlong er leide dich gib mir das fukgerät geht das noch? ich kann ihn ja wirklich nicht tot warum nicht botten so kombiniere kombiniere ich mach mal lieber munition zack oh jimmy gills aber genitals gerät das was habe ich denn draufgenommen ja war ich jetzt So. Shit, 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 shit. Ich hab ja nicht vorgeschlagen, das als 3-4-4-5. Ich hab die ganze Zeit maladasch. Ah, warte mal. Ach, das ist eine Schlau... Schlangschlag, was ist denn das? also die funktionen jetzt auch ganz normal über handy toll johnny du hast ein scheiß handy warum geht das nicht über handy schießpulver und das ist die frage ich glaube man kann den dude nicht töten meinst du dass man fliehen muss oder was er im hilfstext hat er gerade man muss irgendwie die umgebung untersuchen dass man irgendwas und weil die ganzen leichen haben dann ja irgendwie hat die alle so hier schnick schnack ja da war ja auch ich habe nicht genug platz für was denn habe ich nicht ich bin auf platz ach come on wo freie dich doch schiess mal mit der schweiflette Hast du genug Muni? Ja, lauf doch! Kennen Sie sich! Das ist rot gewesen Okay, dann weiter tun wir das nicht wirklich Doch doch, diese Scheißdinge Nein Warum schießt der nicht? Meinst du hier muss er Platz schaffen? Stört den überhaupt nicht Nee, das wird auch nicht Ich weiß nicht Du musst du gleich ein Das versuch gleich nochmal Weil du kannst jetzt so nix machen Ich muss jetzt stehen bleiben Ich muss die Kettensäge nämlich mal annehmen Ja ja, aber Gar nicht Aber am besten gleich zwei Slots frei halten, ne? Hm, viel Kettensäge wahrscheinlich, ne? Sie können den Jack verlangsamen, indem sie die hängenden Leichensäcke zu ihrem Vorteil nutzen Wow Genau Gut, aber das finde ich ja schon mal gut an dem Spiel Es gibt einer schon mal Hilfsmittel mit auf den Weg Wenn es irgendwie mehr gibt Die Gipansen am Controller sitzen Ja, was hab ich hier alles immer aufgenommen? Ein paar Sachen, ne? Da in dem Raum Ja genau Ein paar Sachen, ne? Da in dem Raum Ein paar Deputy Tee Erstmal hab ich hier Binde Das hab ich hier mal So hergestellt Pull the Deputy Ja, so arm ist der auch heute nicht mit Dann war ich da unten glaub ich auch noch, oder? Oder? Ja, wir sind schon Wann ich wollte ja sowieso ein paar Sachen Hier lassen, ne? Kraut hier, du kannst noch einmal flüssige Schimmel, du kannst noch einmal genau das herstellen Da haben wir jetzt zwei frei, ne? Also das Schiffsbau jetzt mal hier an Ort und Stelle Scheiß Münzen, ey Nein, nein Gut Also, ach nein Wenn ich den Kopf jetzt nehmen, hab ich wieder eine Sache mehr Boah, ich will von den Sachen gar nichts hier lassen eigentlich Ne Gut, ich lass trotzdem irgendwas hier Genau hier Nur die Frage ist was? Die Psycho-Beroge hier? Ja, leg mal ab Kannst du sie überlegen? Nehmen wir mal X Genau Sitz Nur eine Tonne wegwerfen Ah, umgedehrbar unter mich Okay Okay Was, ey Wir müssen das halt wegwerfen, oder? Ja, das Psycho-Tonicum Ja, ich kann's auch, ich fress es einfach auf Ach, ach, echt hier ist das? Ja, das ist das Ich hab da schon auch was gefallen Ach, das müssen wir nehmen Vielen Dank für den Einsatz Ach, hier, da ist der Wunderkopf Vielen Dank.